Bordeloo die wichtig ist ja nicht nur sie ist nur unten wie So, und hier ist Ja, was geht ab hier? Ja, warum? Was? So, da gibt es keine Verpflichtung gegen das, ist es? Nein, und ich bin nicht hier, um dich zu stoppen. Listen, Dieter, wir wollten einfach ein secret ingredient zu Ihren Wein heute Nacht. Was? Are you joking? Are you trying to slip a laxative in it? Wir waren eher über die Spiegel-Pilz. Nicht schlecht, du siehst. Listen, ich habe nichts gegen eine kleine Spiegel. Aber ich kann nicht riskieren, zu verlieren meine besten Kunden. Captain Vasco ist sehr influential in den Nords. Vielleicht kann er auch helfen, um deine excellenten Klinkel weiter zu erhöhen. Wenn du das, kann ich für deine Verpflichtung kommen, um in San Mateus, zum Beispiel. Nach so einem Blut, ich könnte ein Deal in San Mateus gewinnen. Aber ich bin ziemlich sicher, dass ich die, die ich bereits habe. Du musst findest eine andere Art, um deine kleine Spiegel zu machen. Sorry. It looks like my plan has fallen apart. I'll have to be discreet. You should dress like a knot. And maybe take a haze potion. Yes, good idea. Wow. Jetzt habe ich diese kacken Schlafdinger gekauft und kann sie ihm nicht geben. Wohl, wahrscheinlich könnte ich. Mir fällt das hier auf jeden Fall besser. Es wäre besser, wenn du da bist in der Nacht. Es wäre viel mehr discreter. Wir können hier warten, wenn du bereit bist. Ich bin bereit. Wir müssen nur warten, bis die Nacht. Okay, es ist genug. Es ist Zeit, um zu gehen. Ich werde warten, hier ist geplant. Ich kann nicht riskieren, dass ich da in der Kurs zu kommen. Keine Worte. Ich werde sicher nicht, dass niemand jemanden zu verhören. Good luck, Dissardé. Also ich konnte ja immer unbehelligt da rumlaufen. Ich weiß jetzt nicht. Wo da genau die Schwierigkeit liegen soll. Es ist nicht möglich, dass ich jetzt nicht erinnere. Oh, verdammt. Was ist das, blödige Kiege? Was ist das, blödige Kiege? Das kann nicht sein. Wo ist er? Schlaftabletten. Dass ich nicht lache. Vielleicht ist das der Schwierigkeit. Meines Spiels geschuldigt, dass es so einfach ist. Egal. Du hast alles perfekt gemacht. Also, schauen wir, was dieses Buch kann uns erzählen. Also habe ich recht. Mein realer Name ist Leandra, son von der Darcy-Familie von Serene. Ich glaube. Ich glaube. Ja. Ich muss sagen, ich hatte keine Ahnung, dass sie eine Sonne an den Nords gegeben haben. Ich denke, dass ich meine Kindheit verletzt habe, wenn ich schlafen habe. Ich entschuldige dich, Vasco, aber... Es ist nicht so einfach, wie es aussieht. Wirklich? Also. Also. Ich habe mein realer Name gelernt, dank dir, und das ist das, was ich wollte. Leandra Darcy. Leandra Darcy. Ich erinnere mich, dass ich einen Darcy in meiner Lieblingskarte gekommen bin. Ihr Bruder, sicherlich. Mein Bruder? Wie war er das? Es war ein lange Zeit. Wir waren Kinder. Ich kann dir nicht sagen, wie er heute aussieht. Ein Bruder? Ich denke, ob wir zusammen sind, ohne unsere völlig unterschiedlichen Leben. Und ihr habt es gefragt. Es ist wichtig, dass ich ihr euch überraset habe. Ich habe mir meine Identität zurückgebracht. Es ist wichtig, als die Nords zu sagen. Es ist wichtig, als die Nords zu sagen. Es ist wichtig, als die Nords zu sagen. Die Nords haben die Nords zu sagen. Da ist ein bisschen zu sprechen. Ich höre. Ich habe ein junger Mann nach dem Guard ein paar Monate zu Begriff. Er ist sehr. Er ist sehr sehr erreich. Er ist auch sehr. Er ist sehr gemütlich. Er hat er sich anspricht. Ich habe den Weg gemacht, und habe ich gelernt, dass er zu den Barracken in New Serene wurde. Ich möchte, dass du ihn kennenzulernen möchtest, damit du mir deine Meinung hast. Meine Meinung? Auf was? Seit unserer Ausbildung von Serene, habe ich fast alle Sekunden auf deinem Seite gesucht. Aber ich habe klar Beziehungen, um die Schutz von Konstantin zu verhindern. Und ich weiß nicht seine Gäste. Nicht gut, auf jeden Fall. Ich verstehe. Du denkst, dass dieser Künstler ein Gäste zu sein? Genau. Und deine Meinung hat eine Menge. Also, dann würde ich mich mit ihm besuchen? Aber natürlich, gehen wir. Rainer muss mit den anderen Künstler in der Barracken sein. Ich habe mich gefragt, warum jeder dich nennt, Kapitän, sehen Sie, dass du kein Schiff hast. Aber jetzt bin ich zu verstehen, dass ich mich glücklich habe. Ich bin glücklich, glücklich, glücklich. Femisch! Wo ist das? Wo ist das? Wo ist das? Nooo, nooo, nooo. Nooo, nooo, nooo. Wo ist das? Wo ist das? Wo ist das? Verste? Wo ist das? 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 Guten Tag, Soldaten. Your Excellency. Captain. Soldaten, wir sind von Service. Was ist Ihr Anwalt? Maintain das Verhältnis in der Stadt, Excellency. Was ist das, Excellency? Ich sehe den Soldaten, Rainer. Ist er in der Barriks? Ich habe das Wort nicht gehört, Kapitän. Ich habe das Wort nicht gehört, Kapitän. Das ist verrückt. Ich bin sicher, dass er hierhergelegt wurde. Vielleicht hat er seitdem er geblieben. Wenn war das letzte Mal, dass du von ihm gehört hast? In Serene. Just vor unserer Ausbildung. Aber das ist ein paar Monate. Wenn ich das bitte, Kapitän, soll ich ein Wort mit dem Quartermaster? Das stimmt, Kapitän. Er hat eine Registung mit den Anwaltungen von allen Rekruten in der Blue-Silver Regiment. Wer ist direkt zu denen gegangen? Hallo, Excellency. Was kann ich für Sie tun? Ich habe einen von meinen Rekruten geschaut. Er geht mit dem Namen Rainer. Ich möchte, seine Excellency ihn zu treffen. Rainer? Ich bin sorry, Kurt. Ich dachte, du hättest informiert. Informiert? About what? Er ist tot. Er wurde gefunden. Er wurde in der Port Harbour geblieben. Oh. Ich wurde gesagt, er hatte zu viel zu essen und kam in. Ich bin sehr sorry, Kurt. Die jungen Menschen trinken mehr als sie können, wenn sie auf dem Weg gehen. Das ist bollocks. Das Mann ist nicht derart, dass er sich mit trinken zu lassen. Ich glaube nicht. Die Leute verändern. Wenn sie weit weg von Hause, die Mannen haben nichts mehr zu tun. Ich glaube nicht. Ich kann es nicht glauben. Hör, du könntest gerne gehen und fragen, den Doktor in der Morgue. Ich habe vielleicht verstanden, was mir zu mir verstanden wurde. Die Doktorze benutzen so lange Worte für einfache Dinge. Excellente Idee. At least jetzt, du siehst es für dich selbst. Du bist richtig. Let's go. Ist es noch etwas anderes? Nein, danke dir. Direkt hier unten? Praktisch. Oh, ich dachte, dass es hier gefangen ist. Also, eine Bescheidung. Kann ich Sie mit etwas helfen? Wir sind hier über die Sache, die Begründung zu beherren. Sind Sie Familie oder Freunde? Du kannst das sagen. Ich bin derjenige, der Begründung hat den Mann. Ich verstehe. Ich kann Ihnen sagen, was ich kann. Wenn der Begründung hat den Begründung zu beherren? Die Tag bevor, gestern. In der früh. Kann ich mir etwas über die Situation? All ich weiß, ist was ich von den Kollegen, die Begründung hat den Begründung zu beherren. Sie sagten, dass sie die Abend zusammengebracht haben, in der Tavern. Dass sie ein vieles Worte zu essen haben. Ein verrückter Hörger, die Soldaten alle haben. Rainer war nicht ein Begründung. Vielleicht nicht. All das gleiche, er war das Begründung der Nacht. Er war ein bisschen weg und nicht zurückgekehrt. Er war die Begründung der Begründung in der Begründung in der Nacht. Und sie haben ihn zu mir gebracht. Wie ist er, in Ihrer Meinung nach? Er war das? Ich bin entschuldigt. Es ist ein Begründung, er war ein junger Mann. Ja, und seine Gegründung macht keinen Sinn. Er war nicht trinken, und er wusste, wie zu schwimmen. All das gleiche, das ist was passiert. Ich erhebliche Begründung. Wir müssen uns auf den Körper schauen. Um, nein. Ich würde das nicht sagen, wenn du dein Freund in dieser Lage bist. Ich bin ein Soldat, Doc. Ich habe ein paar Menschen gesehen. in pieces let me see the young lad i i regret captain i cannot allow that i have as of yet to present myself i am sir de sarday legate of the congregation of merchants on tier freddy and as the title infers i have the power to inspect this barracks and all that it contains therefore i must insist i see a thousand pardons excellency i should have recognized you and shown more respect it's the body in the middle examine him if you must but please be so kind just to not leave a mess after you this doesn't look like the body of the body of young rainer we are in shop level 2. everything is really cool this one is just a boy his face is still locked in an expression pain cut is this your recruit yes that's my rainer poor kid i should have left him with his family where he was if you want to learn more we'll need to examine the body is that all right he's not the first young man i've seen with the lights gone from his eyes go on i'm no doctor but this boy doesn't seem to have drowned at all it looks like he's been beaten it's suspicious the boy i knew would never have drunk himself senseless to the point he'd fall into the bay i'm telling you i believe you cut but if we want to prove it will need to find more evidence es handelt sich um einen jungen mann unter 20 jahren er hat mehrere hämatome auf dem gesamten körper einige davon wurden erst kürzlich zugefügt die unterarmknochen sind gebrochen haut lesionen an den händen mehrere gebrochener rippen der schädel ist eingedrückt was vermutlich tursus ursache ist warum lügt er klar sein excuse me doctor but you owe us a few explanations this boy did not die by drowning it is absolutely the cause of death i assure you the science of death is a complex art and you are certainly not a doctor that is true but you are do you recognize your own notes your writing is hard to read but the word drowning never appears what an idiot i should have burned those notes i am truly sorry i i swear i have never ever falsified a report before but i was given no choice in the matter how's that what are you talking about two men lieutenants i believe brought a body to me telling me the boy had drowned in an accident i saw immediately this was a lie but i did not push the matter i began my examination planning to submit my report to the quartermaster as per usual but the men returned i was told to forget what i discovered and say that he had indeed drowned or else who were they i have no idea i had never seen them before at the barracks i i guess they're ranked by their uniforms what colors were they sporting none they must have removed the emblems of their regiment listen it's obvious that this boy was beaten repetitively and that was the cause of death i have no intention of suffering the same fate i have no fear doctor we will make no mention of your name my condolences kurt i'm truly sorry i know the pain of losing a crew member thank you hello your excellency what can i do for you we have a situation manfred rayner didn't drown the doctor falsified his report he was threatened and feared for his own life you have to be pulling my leg who bullied the crow face lieutenant said he didn't recognize alas and he wore no regiment emblems which regiment was rayner assigned to i would like to have a word with his commanding officer let me have a look at the register my memory isn't what it once was stab my heart with a rusty blade his name's been crossed out if i catch the bastard that did that what mess was the boy into manfred what could this be about your lad was in the sixth or maybe the eleventh before being reassigned to who knows where just like that you are of everyone have to know where the recruits are assigned not of late this isn't the first lad who's been reassigned all of a sudden at the drop of a hat each time i start complaining about it i'm told they've changed regiments and it's not my concern something truly bizarre is going on here i don't like this at all let's try and discover which company he was stationed at before this mysterious is there anything else is there anything else is wrong i need to get to the bottom of this mystery green blood i don't like being taken for a fall even if the lieutenant's weren't stationed someone here must know where rayner was a site we should also go and check the tab men on leave will perhaps have loose lips than those within the walls 2 gold münchen nicht mehr oh so ganz viele sachen sind mehr oh ja lustiges was war das es war nur so good day soldier uh good day my lord de sarday legate of the congregation on tier 4d captain kurt oh i excuse me excellency i i didn't know captain i i truly am sorry at your service my lord excellency you don't quite look like you've got the hang of all this how long have you been in i is it that obvious it's quite normal for a new recruit i joined up four months ago but at the beginning we were on board ship you see i don't know if that really counts i started exercises when we got to new serene but i'm making progress they say and do you like it here i sure do that's why i joined the guard to come here to leave the continent know what i mean i do anything else you don't quite look like you've got the hang of all this how long have you been in i it's quite normal i joined up for at the beginning i started exercise and do you like it i sure do i do anything else since you know who we are present yourself soldier ah yes sir recruit second class alric blue silver regiment 11th company at your service anything else do you know a recruit going by the name of rayner rayner i it's just excellency please the boy is terrified now that he knows who we are so long as he's in that state you'll say nothing of worth you should bring him a bottle to calm his nerves that will be all soldier thank you uh thank you your excellency what can i pour for you give me a bottle of your best drink there you go but be careful she's got a strong bite at your service my lord excellency here you seem tired and a little on edge a drink would do you some good it's just that i don't know if i'm allowed you're on leave or you wouldn't be at the tavern then why not yes but this is his excellency's own bottle i don't know if i can drink that's what i tell you now then why don't you tell us what you know about rayner well i didn't i didn't serve with him well not really we just crossed paths he was leaving the 11th when i joined everyone said he was good strong and uh followed orders and then poof lieutenant got this order and he wasn't happy and i mean really quite unhappy and then rayner he was gone we never saw him again we asked where he'd been sent but the lieutenant didn't want to tell us said that it was none of our business but you he won't be able to say no to you you should go and offer him a drink too where can we find your lieutenant the barracks thank you thank you and watch yourself when leaving when you to fall into the bay that will be all soldier thank you thank you your excellency good luck you that's your luck 7 gold münzern or what did you get the flasche gekostet. Das ist in Ordnung. Immer schön trainieren. 1, 2, 1, 2, 1, 2. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Ups. Okay, das erste Schloss knacken war nicht sehr erfolgreich. Hallo, Officer. Excellency, kann ich etwas für Sie machen? Können Sie mir erzählen, welche Firma Sie servieren? Die 11., Excellency. Was anderes? Was ist Ihre Aufgabe? Die 11. ist für die Räume und die Ausflugung für die Gemeinschaft auf der Straße. Wie für mich, ich bin für die Trainingsgruppe. und die Röster der Betriebe. Was noch etwas? Wir sind über die Gehäuse des Jungen von Rainer. Wir wissen, dass Rainer gehört zu deinem Unternehmen. Und als der Lieferte-Liefer, hat er sicherlich unter Ihrem Kommand. Also, stop mit den Lachen. Wir haben hier genug Zeit verloren. Sie wissen, was sie sagen. Das Schauspiel ist gut gehalten. Und die Schauspieler sind nur die Schauspieler. Ich weiß, aber diese Geschichte ist gefährlich, Kapitän. Wenn Sie so viel, wie ein bisschen Respekt für den Mannen sprechen können, mit uns zu sprechen. Sie glauben, dass er die Freiheit ist? Ja, natürlich. Rainer war wirklich ein Mitglied meiner Firma. Und ein guter Rekruder. Aber Sie wissen das schon. Weiter. Das war's für Sie. Eine Woche habe ich eine Anruhe, die mir gesagt hat, dass er aus meiner Firma wurde. Er hat eine neue Anruhe bekommen. Ich bin so froh, dass ich meine eigene Anruhe gemacht habe. Um zu sehen, wo er wurde. Es war nicht einfach. Keiner wollte mir eine Antwort geben. Keiner wollte nichts wissen. Aber eine Sache ist sicher. Rainer war nicht der einzige Mann, die... ...zauberen. Ich wusste, dass ein guter Rekruder, ...zauberen. All das Kreml der Rekruder wurden wiederholiert. Und endlich... ...ich habe ich gelernt über die Existenz... ...ein Phantom Regiment. Was für ein bisschen nichts Sieht bist? Eine Art von... ...secret, Elite... ...Kommager, die eine besondere Trainingsprogramme folge. Wo können wir sie finden? Ich habe keine Ahnung. Ich musste die Anruhe aufbauen. Es war sehr gefährlich. Ich habe das Gefühl, dass ich mich beobachten war. Der Regiment schützt seine Secrets auf alle Kosten, mit wenigen Schrauben. Wenn Sie mehr wissen wollen, der Training Officer der 6. wird etwas wissen. Es wurde gesagt, dass er teilnehmen in einer ihrer Missions, mit ihnen. Sind Sie sicher, dass Sie nichts mehr zu erzählen haben, über diesen sogenannten Secrets Regiment? Ich habe Ihnen alles, was ich weiß. Ich bin auf dem Risiko, dass sich als Rainer endet, Excellency. Geh und den Officer der 6. sehen, wenn Sie mehr lernen wollen. Und lass mich jetzt allein. Alles noch? Lass mich allein. Danke, Lieutenant. Entschuldigung. Interessant, interessant.